Mein Name ist Adriana, ich bin 47 Jahre alt und komme aus Deutschland. Mein Name ist Adriana Plack und ich bin 47 Jahre alt und komme aus Deutschland. Dr. Smetter. Ich habe seit Jahren Hautprobleme, eine Backerzeste an beiden Knien und bin leicht geströst. Ich habe eine Backerzeste an meinen Knien und habe Hautprobleme. Ich bin sehr stressig von meinem Arbeit. Das sind die meisten Probleme. In der kurzen Zeit enorm viel. Ich bin vollkommen zufrieden. Meine Ziste ist nach drei Tagen verschwunden. In diesem kurzen Zeit habe ich wirklich viel Erfolg. Die Backerzeste ist weg und meine Haut ist viel besser und ich bin nicht mehr stressig. Es ist wahrscheinlich fantastisch. Am 28. Februar hat sie begonnen und zu Ende ist sie am 12. März. Es beginnt am 28. Februar und es endet am 12. März. Das ist ein wunderbarer Ort. Das kann man sagen, eine Oase. Man ist hier umgeben von ganz tollen Menschen, Freundlichkeit. Das ist wirklich vom Koch, Putzpersonal, Frau Doktor und auch die Damen, die die Anwendung machen. Alle wunderbar. Es ist ein wirklich schönes Ort. Es ist ein Paradies. Und alle die Leute, die hier arbeiten, von der Kugel, die der Behandlung und alle. Es ist sehr schön und freundlich. Sie haben mich alle behandelt. Es ist wirklich schön. Meine Zister auf den Knien sind komplett weg. Die Haut ist viel besser. Die Migräne ist weg. Und ich fühle mich entspannt. Meine Migräne ist weg. Und die Kugel ist weg. Und die Kugel ist weg. Und die Kugel kam. Und meine Kugel ist wirklich schön. Und ich fühle mich nicht mehr. Ich fühle mich nicht mehr. Es nehme mich. Dann kommt der Kugel. Ich fühle mich nicht mehr. Schau. Schאve ich mich für das Geah. Schau. Für eine Kugel gre transforms zum Kohen vom Faden